Hallo liebe Nagolder, heute möchte ich euch was Neues vorstellen. Unser Hygieneportal. Bei ihrem nächsten Einkauf dürfen Sie mit einem Einkaufsfägele ganz langsam durchlaufen und werden mit oxidiertem Sauerstoff gesprüht. 99,9% der Bakterien werden dann vom Einkaufswagen und von der Kleidung abgerieselt. Viel Spaß beim nächsten Einkauf. Bis bald. Tschüss, ade. Pepper sorgt für Ordnung. Im Kassenbereich eines Lebensmittelhändlers im nordrhein-westfälischen Lindlar steht ein sogenannter Pflegeroboter. Er achtet darauf, dass die Kunden genügend Abstand halten. Und er bringt gute Laune in diesen oft so komplizierten Tagen, wo selbst der normale Einkauf schon eine Herausforderung darstellt. Hamstern ist bei Pepper nicht erlaubt. Seien Sie bitte so solidarisch den anderen Menschen gegenüber und unterlassen Hamsterkäufe von speziellen Kettiken. Damit jeder in den schweren Zeiten gut versorgt ist. Für den Inhaber des Edeka-Marktes, Marc-Philipp Stöcker, ist Pepper eine sehr große Hilfe. Wir schaffen es hier bei uns in der Kassenzone, eine ganz andere Atmosphäre da durchzukriegen. Und das entlastet unheimlich, weil man muss einfach schmunzeln mit diesem Roboter. Also man ist vielleicht gar nicht mehr verärgert, weil man irgendwas nicht gekriegt hat oder ähnliches, sondern man fokussiert sich auf diesen Roboter. Und das ist cool. Gemeinsam mit einem Bekannten, der sich beruflich mit dem Gebiet Robotik befasst, hatte Stöcker die Idee, Pepper zu entwickeln. Den Kunden scheint es zu gefallen. Was er sagt, ist sinnvoll. Und vielleicht halten sich die Leute ja so daran. Wenn man mal gerade vergisst, dass wir einen Abstand halten sollen, dann ist er mit Sicherheit eine gute Idee. Aber ich habe mir das nicht so recht direkt wahrgenommen. Nur weil alle Leute da standen und gelacht haben, habe ich ihn erst mal gesehen. Er ist vielleicht auch ein bisschen klein. Pepper ist vielleicht klein, aber dafür kennt er sich bestens aus. Im Kassenbereich. Der Kassenbereich ist in drei Abschnitte unterteilt. Der erste ist der Anstellungsbereich. Der zweite Bereich ist dafür geschaffen, dass Sie in Ruhe Ihren Einkauf auf das Band legen können. Der dritte dient dazu, dass Sie Ihre gekauften Artikel einpacken können. Wir alle sind eine tolle Gemeinschaft und wenn jeder auf seinen Mitmenschen arbeitet, werden wir diese Krise zusammen sehr gut überstehen. Vielen Dank, Ihr EDEKA-Stecker-Team.